Nach seiner Fertigstellung 1931 war das Brahmskontor das erste moderne Hochhaus der Hansestadt. Von 2005 bis 2008 wurde das Kontor grundsaniert. Wichtig war den Bauherrn damals, die ursprünglichen Facetten des außergewöhnlichen Gebäudes wiederherzustellen. Auch heute noch ist das Brahmskontor markanter Teil der Stadtsilhouette und mit seiner Symbiose aus verschiedenen Bau- und Stilelementen eine repräsentative Adresse für jedes hier ansässige Unternehmen. Willkommen in dem neuen Zuhause Ihres Unternehmens. Willkommen im Brahmskontor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017